Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn Sie Ihre Familie mit einem feinen Glasse überraschen möchten, dann sind Sie jetzt bei Coop gerade richtig. Gerade jetzt läuft nämlich eine Grossaktion mit sechs ausgesuchten Goldstar-Rahm-Glasse-Spezialitäten. Beachten Sie Plakate in den Coop-Schaufestern. Da gibt es zum Beispiel besonders günstig Schwarzwälder, Goldstar-Vanille in der praktischen Vorratsdose oder die beliebten Eisdurtenstücke Goldstar-Sorbe-Aprigo. Es braucht ganz wenig und schon zaubert Sie mit diesen Goldstar-Familienbröcken die besten Desserts auf den Tisch. Zum Beispiel Goldstar-Vanille-Erdbeer-Rahm-Glasse und ein bisschen Himbeersauce aus frischen oder tiefgekühlten Goldstar-Himbeeri. Auf allen Goldstar-Familienpackungen hat es neben der Produktdeklaration einfache, aber nützliche Serviervorschläge. Sie sehen, Coop informiert den Konsument. Wenn Sie noch ein Gefrügerät haben, dann ist jetzt die richtige Gelegenheit dafür. Bei Coop gibt es nämlich jetzt den qualitativ erstklassigen Satrap-Gefrüerschrank mit zwei Vorgefrüerfächer zu einem erstaunlich günstigen Preis. Informieren Sie sich über die Satrap-Kühl- und Gefrüerprogramme in Ihrem Coop-Center oder im Coop-Warenhaus. Überall dort, wo die Plakate hängen. Aber jetzt Achtung, wir kommen zur Frage in unserem 10'000-Franken-Wettbewerb. Welcher Buchstabe fehlt bei dem Markennamen von Coop-Tiefkühlprodukten? Schreiben Sie den vollständigen Markennamen auf eine Postkarte als Coop-Mittwochstudio-Postfach-4091-Basel. Einsendeschluss ist der 26. Juni. Und vergessen Sie die Coop-Aktionen nicht, die jetzt dann gerade kommen. Auf Wiedersehen. Am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit.